Hi, ich bin Moritz. In diesem Video gucken wir uns die wichtigsten Punkte aus Teslas Ergebnis des zweiten Quartals 2022 sowie Kommentare des Managements aus dem Earnings Call an und ihr guckt MBT. In diesem Quartal konnte Tesla trotz des Shutdowns ihrer wichtigsten Fabrik in Shanghai eine industrieführende operative Marge von 14,6% erreichen. Tesla hat das zweite Quartal mit der bisher größten Produktion in einem einzigen Monat beendet. Die Bruttomarge für die Autoproduktion ist von 32,9% auf 27,9% gefallen. Das ist immer noch sehr stark. Den größten Einfluss hierauf hatte der Shanghai Shutdown. In Shanghai produzierte Fahrzeuge haben generell höhere Margen und diese haben im zweiten Quartal einen kleineren Teil der verkauften Fahrzeuge ausgemacht. Außerdem stand die Fabrik still, was Kosten ohne Gewinn verursacht hat und die Wiederaufnahme der Produktion war auch mit Kosten verbunden. Noch dazu kommt, dass Tesla gerade zwei enorme Fabriken, Giga Austin und Giga Berlin, skaliert. Die dabei zu erwartenden Ineffizienzen haben auch Druck auf die Marge ausgeübt. Die Betriebsausgaben lagen bei 1,7 Milliarden, niedriger als erwartet. Hier wurde mit mehr gerechnet, da Teslas Bitcoin-Investition an Wert verloren hat. Tatsächlich hat das Unternehmen allerdings 75% ihrer Bitcoins verkauft, weshalb der Wertverlust hier keinen Einfluss hat. Noch dazu kommt, dass die Kosten für Austin und Berlin nicht mehr in die Betriebsausgaben, sondern jetzt in die Produktionskosten für Autos mit eingerechnet werden, da sie jetzt Fahrzeuge herstellen. Was eben ein wenig Druck auf die Bruttomarge ausgeübt hat, wie wir eben geklärt haben. Damit hat das Unternehmen einen operativen Gewinn von 2,4 Milliarden erzielt. 88% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Daraus resultiert die operative Marge von 14,6%. Die zwar niedriger als die 19,2 aus dem letzten Quartal ist, aber trotzdem deutlich über dem Industriestandard liegt. Hier haben einige Faktoren mit hineingespielt. Die positiven Faktoren waren höhere durchschnittliche Verkaufspreise, eine Steigerung in der Zahl der verkauften Fahrzeuge, mehr Profit in anderen Zweigen des Unternehmens und eine geringere aktienbasierte Vergütung. Elon hat in diesem Quartal nämlich keine hunderte Millionen in Aktien bekommen. Es gab allerdings auch einige negative Faktoren. Das waren steigende Kosten für Rohmaterialien, Güter und Logistik, höhere Fixkosten pro produzierter Einheit in Shanghai wegen Lockdowns, negative Auswirkungen durch Wechselkursschwankungen für Auslandswährungen und zu guter Letzt auch der Bitcoin-Papierverlust, der warum auch immer in die Betriebsausgaben mit einspielt und sich so negativ auf den operativen Gewinn auswirkt. Die negativen Faktoren sind hier allerdings größtenteils einmalige Geschehnisse, wie die Lockdowns und Bitcoin-Verluste, die mit dem Unternehmen selbst nicht wirklich was zu tun haben. Deshalb kann man gut davon ausgehen, dass Teslas operative Marge in den nächsten Quartalen weiter deutlich steigen wird und hier nur einen Dämpfer bekommen hat. Der Trend ist weiter klar. Solange Tesla die Produktion weiter steigert und Kosten in Grenzen hält, wird die Marge immer größer werden. Vorausgesetzt, es kommt im nächsten Quartal nicht gleich der nächste Lockdown oder ein anderer Black Swan. Der Non-Gap-Gewinn pro Aktie lag mit 2,27 Dollar auch über den erwarteten 1,80 Dollar und hat die Erwartungen damit deutlich übertroffen. Zum Teil aber, weil die meisten Analysten einen größeren Bitcoin-Verlust berechnet hatten, den Tesla mit dem frühzeitigen Verkauf allerdings vermieden hat. Teslas freier Cashflow war ebenfalls mit 621 Millionen Dollar noch deutlich positiv. Obwohl Tesla zwei Fabriken skaliert und ihre wichtigste Fabrik für Monate am Stück geschlossen wurde, hat das Unternehmen im letzten Quartal trotzdem mehr als eine halbe Milliarde Dollar an freiem Cashflow abgeworfen. Das ist beeindruckend. Und weil gerade das Gerücht verbreitet wird, dass Tesla nur mit dem Bitcoin-Verkauf profitabel war, der Verkauf taucht nicht im freien Cashflow auf. Der freie Cashflow ist ohne Bitcoin-Verkauf genau derselbe. Wenn man beachtet, dass die Shanghai-Fabrik für die Hälfte des Quartals nicht produziert hat und Tesla währenddessen gleichzeitig zwei Fabriken skaliert, sind die Finanzen für dieses Quartal der Lage entsprechend super. Das Quartal war meiner Meinung nach ein voller Erfolg für Tesla. Gucken wir uns jetzt die wichtigsten Kommentare des Earnings Calls an. Elons Kommentare zur Eröffnung. Das zweite Quartal war ein einmaliges Quartal, war aber trotz Lockdowns eines der stärksten Quartale in Teslas Geschichte. Die Fremont-Fabrik hat im Juni einen neuen Rekord produziert und es gibt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten. Auch Shanghai hatte im Juni den stärksten Produktionsmonat bisher und hat jetzt Equipment-Upgrades bekommen, um die Produktionsrate weiter zu steigern. Giga Berlin produziert mehr als 1000 Autos pro Woche und hat mittlerweile positive Bruttomargen erreicht. Austin wird in den nächsten Monaten ebenfalls diese Produktionsrate erreichen. Hier ein kurzer Einwurf von mir. Die Austin-Skalierung geht anscheinend nur sehr schleppend voran. Es ist jedenfalls nicht gut, dass die Fabrik erst in den nächsten Monaten darauf abzielt, eine Produktionsrate von 1000 Fahrzeugen pro Woche zu erreichen. Damit hängt Austin Berlin hinterher und beide Fabriken hängen der Skalierung in Shanghai damals deutlich hinterher. Den Grund für Austins langsame Skalierung hat Elon in einem Interview vor ein paar Wochen mitgeteilt. Die 4680-Skalierung hat noch einige Probleme und das Backup-Equipment für die Produktion mit 2170-Zellen steckte in einem Lockdown in einem Hafen in Shanghai fest. Hoffen wir mal, dass all diese Probleme jetzt bald gelöst werden und die Skalierung Fahrt aufnehmen kann. Trotzdem hat Elon im Earnings Call gesagt, dass Fremont und Shanghai ihre Rekorder bereits gebrochen haben und Austin und Berlin langsam skalieren, weshalb sich Tesla auf ein rekordbrechendes zweites Halbjahr vorbereitet. Die Skalierung dieses Jahr benötigt keine 4680-Zellen. Nächstes Jahr werden diese allerdings benötigt werden, weshalb Tesla die Kapazitäten hier weiter ausbaut. Das Team konzentriert sich außerdem darauf, die Cybertruck-Produktion und zukünftige Fahrzeugplattformen vorzubereiten. Nachfrage, Inflation und Preissetzung Teslas Preiserhöhungen machen sich langsam bemerkbar, aber ihre Produktionskosten steigen ebenfalls. Die Nachfrage ist immer noch stark und Wartezeiten liegen zwischen 6 und 12 Monaten. Tesla muss mit ihren Preiserhöhungen Inflation vorhersehen, da Kunden heute ihre Kaufpreise für Autos, die erst in 6 Monaten produziert werden, festlegen. Bis dahin kann Inflation Produktionskosten aber deutlich gesteigert haben und so Teslas Gewinne auffressen. Deshalb müssen sie im Vorhinein Preise erhöhen. Sollte das Tesla-Team Anzeichen dafür sehen, dass die Inflationsrate sinkt, könnten sie aufhören, Preise zu erhöhen und vielleicht sogar wieder ein wenig senken. Elon glaubt, dass die Inflationsrate voraussichtlich Ende des Jahres sinken wird, ist sich aber nicht sicher. Rohstoffpreise für Stahl und Aluminium sinken bereits langsam wieder, was ein gutes Zeichen ist. Tesla denkt immer noch so gut wie kein bisschen über Nachfrage nach. Produktion ist weiterhin das Hauptproblem. Und solange sie lange Wartezeiten haben, gibt es keinen Grund, Energie damit zu verschwenden, über Nachfrage nachzudenken, wenn die auch genutzt werden kann, um die Produktion zu steigern. Lange Wartezeiten, so wie sie jetzt der Fall sind, sind nervig. Tesla will die Wartezeiten reduzieren, damit Leute ihre Autos näher am Bestelltermin bekommen können. Keiner wartet gern lang. Teslas CFO Zach Kirkhorn meinte außerdem, dass er trotz Preiserhöhungen und Makro-Unsicherheiten bisher keinen deutlichen Rückgang im Bestellvolumen erkennen kann. Vielleicht ein kleines bisschen, aber bisher kaum merklich. Rohmaterialien als Engpass für Wachstumsziele Ein Analyst hat im Call die Frage gestellt, ob der Zugang zu Lithium Teslas Wachstumsziele langfristig eingrenzen könnte. Elon meinte daraufhin, dass es schwer ist, 10 Jahre in die Zukunft zu sehen und er hofft, dass Zivilisation bis dahin noch existiert und der Dritte Weltkrieg noch nicht ausgebrochen ist. Das wäre für ihn schon ein Sieg. Um die Frage zu beantworten, ja, Tesla sieht mögliche Engpässe in der Veredelung von Lithium. Es ist allerdings nicht so, als wäre das Element selbst knapp. Das ist nicht der Grenzfaktor. Es geht vielmehr darum, mit welcher Geschwindigkeit man die Batterieproduktion skalieren kann. Es lässt sich gerade ein sehr schneller Anstieg in Batterieproduktion und der gesamten Lieferkette erkennen. Die größten Bedenken im gesamten Prozess hat Tesla bei den Maschinen wie Lithium veredeln, da diese kompliziert und schwer skalierbar sind. Tesla arbeitet bereits mit Zulieferern, um deren Kapazitäten so schnell wie möglich zu vergrößern. In den nächsten paar Jahren ist das noch kein Problem. Aber wenn man 10 Jahre in die Zukunft schaut, muss das noch deutlich beschleunigt werden. Das Tesla-Team arbeitet außerdem selbst daran, die Lithium-Veredelung zu beschleunigen. Denn wie Drew hier gesagt hat, man lernt am besten, wie man etwas beschleunigen kann, indem man es selbst macht. Und Elon hat hier noch hinzugefügt, wenn unsere Zulieferer diese Probleme nicht lösen, machen wir es selbst. Fertigungsexpertise Tesla denkt das Design ihrer Fahrzeuge von Grund auf neu. Etwas, das traditionelle Hersteller nicht machen können oder wollen. Dank der Gigapressen und der daraus folgenden Bauteilreduzierung konnte Tesla die Zahl der Roboter pro Kapazitätseinheit in ihren Fabriken deutlich reduzieren. Vom OG Model S zum Model 3 wurden die benötigten Roboter halbiert. Von Model 3 zum Model Y genauso. Und von Model Ys aus Fremont zu Model Ys aus Austin und Berlin ein weiteres Mal. Das ist Teslas Optimierung der Produktion in einem Graph. Und ihre Mission der ständigen Optimierung ist hier nicht vorbei. Sondern wird, wie Elon gesagt hat, mit jedem neuen Produkt und jeder neuen Fabrik fortgesetzt. Das sollte man nicht unterschätzen. Drew Baglino hat hier nochmal hinzugefügt, Tesla ist es gewöhnt, alles durchgehend zu verbessern. Wir machen das mit Fahrzeugen und Design schon von Anfang an. Bei jedem Teil wird überprüft, was verbessert werden kann. Die Batteriepacks, die Karosserie, die Integration der beiden, die Gussstücke werden optimiert und der Rest der Karosserie wird an die Gussteile angepasst. Alles wird ständig verbessert und es hört nicht auf. 4680 Skalierung und in Fahrzeug integrierte Batteriepacks Integrierte Batteriepacks sind definitiv die überlegene Architektur. Müssen aber auch noch optimiert werden, bis sie wirklich deutlich besser sind. Aber genau wie Flugzeuge ihre Flügel doppelt nutzen, als Treibstofftank und als Flügel, sind Elektroautos, die ihre Batterie gleichzeitig als Fahrzeugstruktur nutzen, einfach überlegen gegenüber Flugzeugen, die stattdessen einen extra Tank im Bauch haben oder E-Autos, die ihre Batterie mit sich herumtragen, ohne sie als Struktur zu benutzen. Hier noch ein paar nerdige Kommentare zu den Batteriepacks, die Teslas Ingenieurskultur perfekt definieren. Es gibt ein objektives Ideal eines Produkts, in dem alle Atome die perfekte Position haben. Es benötigt große Mühe herauszufinden, was dieses Ideal ist und noch mehr Mühe, sich diesem Ideal dann Stück für Stück asymptotisch zu nähern. Ingenieure, die über die perfekte Position aller Atome in einem Produkt nachdenken und dann überlegen, wie man das realisieren kann. Das ist die Essenz des Denkens in Grundprinzipien. Das Ziel für 4680 Zellen ist es bis zum Jahresende und hoffentlich deutlich vorher, genug Zellen für 1000 Packs pro Woche zu produzieren. So soll auch die Produktion von 4680s aus Cato Road in Kalifornien durch Austin bis zum Jahresende überholt werden. Die 4680 Skalierung kriecht bisher nur voran und läuft deutlich langsamer als Tesla und ich auch gehofft hatten. Das ist bei neuen Technologien und Formfaktoren allerdings meistens zu erwarten. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Sollte Teslas Fahrzeugproduktion im nächsten Jahr dadurch deutlich eingeschränkt werden, wäre das definitiv ein Problem. Dass das passiert, halte ich allerdings für unwahrscheinlich, da Teslas Zulieferer gleichzeitig ebenfalls stark skalieren. Software-Details Hier zwei kleine Software-Details aus Teslas Quartalsbericht, die ich verdammt interessant fand. Beispielsweise sammelt Teslas Flotte in Nordamerika konstant Daten, die ständig aktualisiert werden, mit denen sich Fahrzeuge auf holprige Straßen vorbereiten, indem sie die Federung automatisch anpassen, bevor diese Straße überhaupt erreicht wird. Die Fahrzeugflotte sammelt Daten über den Zustand von Straßen, aktualisiert diese ständig und die Tesla-Fahrzeuge bereiten sich im Voraus darauf vor, für eine optimale Fahrerfahrung. Das ist viel bedeutsamer, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Außerdem nutzen Teslas Fahrzeuge jetzt Computer Vision, um Unfälle zu erkennen, bevor sie passieren. Damit wird der Gurt, bevor sich die Autos überhaupt berühren, bereits gefestigt und der Airbag vorbereitet, um die Verletzungswahrscheinlichkeit zu senken. Das ist ziemlich beeindruckend und zeigt, wie überlegen Teslas Software-Fähigkeiten und wie gut ihr Auge für Details ist. Full-Self-Driving Die FSG Beta hat mittlerweile über 100.000 Nutzer, die bereits über 35 Millionen Meilen gefahren sind. Wie wir auf dem Graphen sehen können, befindet sich diese Zahl gerade im starken exponentiellen Anstieg. Mit jedem zusätzlichen Beta-Tester wird der Graphen noch steiler. Tesla sammelt hier immer mehr Daten über die Performance der Beta, ihre Stärken und noch viel wichtiger, ihre Schwächen. Besonders in seltenen Szenarien, denen sie noch kaum oder gar nicht begegnet ist. Das ist wichtig. Zum Ende des Jahres soll die Beta auf ganz Nordamerika ausgeweitet werden. Heißt, jeder, der die Beta nutzen möchte, kann das auch machen, solange er bezahlt. Europa soll dann folgen, sobald die Behörden es erlauben. Vor diesem Wide Release in Nordamerika soll der Preis für FSD laut Elon allerdings noch einmal erhöht werden. Hier ist, was er dazu zu sagen hatte. Der Wert von FSD ist unglaublich hoch und wird von den meisten fehlverstanden. Im Moment ist es unglaublich billig, wenn man davon ausgeht, dass FSD Realität werden wird. Und das wird es. Elon ist extrem zuversichtlich, dass Tesla FSD lösen wird. Und er glaubt außerdem, wie er im Call gesagt hat, noch immer, dass FSD dieses Jahr besser als Menschen werden wird. Er scherzt hier auch kurz darüber, dass er das immer sagt, aber unterstreicht nochmal, dass es so aussieht, als wäre es dieses Jahr wirklich so weit. Ich persönlich bin da zwar immer noch skeptisch, aber ich lasse mich gern positiv überraschen. Künstliche Intelligenz und AI Day Auf die Frage, ob der Verlust von Kapafi FSD verzögern wird, meinte Elon, dass Andre den Code nicht allein geschrieben hat. Tesla hat ein Team von 120 KI-Software-Ingenieuren, die alle extrem talentiert sind. Elon hat während des Calls außerdem abgelehnt, über KI und Dojo-Fortschritte zu sprechen, weil er dem AI Day die Neuigkeiten nicht vorwegnehmen will. Folgendes hat er allerdings gesagt. Ihr werdet erstaunt von dem sein, was wir beim AI Day zeigen werden. Und Tesla ist wahrscheinlich weiter, als die meisten Leute denken. Bitcoin Wie bereits erwähnt, hat Tesla 75% ihrer Bitcoins für 936 Millionen Dollar mit Gewinn verkauft. Die restlichen 25% sind auf dem Papier unter Teslas Kaufpreis gefallen, weshalb Betriebsausgaben wegen seltsamen Buchhaltungsregelungen deshalb um etwa 100 Millionen gestiegen sind, weil sie auf dem Papier damit einen 100 Millionen Dollar Verlust gemacht haben. Es war jedenfalls clever, dass Tesla den Großteil verkauft hat, da sie so weitere 400 Millionen an Betriebsausgaben, die nicht wirklich ausgegeben wurden, vermieden haben. Die Begründung für den Verkauf waren Shanghai Lockdowns. Die daraus entstandene Unsicherheit hat Tesla dazu bewegt, ihre liquiden Cashreserven zu maximieren, um auch für längere Shutdowns vorbereitet zu sein. Im Earnings Call meinte Elon, dass Tesla es in Zukunft in Erwägung ziehen wird, ihre Bitcoin-Position wieder zu vergrößern. Der Verkauf war kein Urteil über Bitcoin, sondern nur wegen Bedenken über kurzfristige Liquidität des Unternehmens. Ich persönlich halte das für eine gute Entscheidung. Tesla hat Bitcoin als Bargeldalternative für Unternehmen genutzt, um Kaufkraft zu schützen und mehr Optionen zu haben. Während einer unsicheren Periode haben sie Bitcoin dann in Fiat umgewandelt, um die Position des Unternehmens so sicher wie möglich aufzustellen und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Nur die Paranoiden überleben. Gleichzeitig hat Tesla so einen massiven Einfluss auf ihre Bilanz durch Bitcoin-Kursstürze vermieden. Sie halten weiterhin 25% ihrer bisherigen Position und schließen es nicht aus, in Zukunft mehr Bitcoin zu kaufen. Ihren Dogecoin-Bestand hat Tesla außerdem nicht verkauft. Das bedeutet nicht, dass Tesla plötzlich eine Milliarde Dollar in Doge investiert hat, auch wenn das nicht völlig auszuschließen ist. Hiermit sind meiner Meinung nach eher Merge-Einnahmen gemeint, da man einige Artikel im Tesla-Shop nur mit Dogecoin kaufen konnte und Tesla diese wohl nicht in Dollar konvertiert hat. Es wurde außerdem erwähnt, dass Tesla so gut wie gar nicht über Kryptowährungen nachdenkt und das nur eine nebensächliche Nebensache wäre. Lieferziele und Kapazitäten Tesla zielt weiterhin auf 50% jährliche Wachstumsraten auch in diesem Jahr ab. Auch wenn es definitiv schwieriger geworden ist, dieses Ziel zu erreichen und exzellente Ausführungen nötig sein wird, sind 1,4 Millionen Fahrzeuge für 2022 immer noch das Ziel und Tesla hat meiner Meinung nach eine gute Chance, diese Zahl auch zu übertreffen. Die installierte Kapazität in allen Tesla-Fabriken zusammen liegt mittlerweile bei 1,9 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Elon glaubt, dass Tesla 40.000 Autos pro Jahr zum Jahresende erreichen kann. Das wäre eine Produktionsrate von etwa 2 Millionen Fahrzeugen. Damit wäre Tesla schon sehr nah am 50% Wachstumstil für 2023 und könnte auch hier nach oben überraschen. Bis zum Jahresende 2022 sollen Austin und Berlin ebenfalls jeweils 5.000 Fahrzeuge pro Woche produzieren. Das wäre eine jährliche Produktionsrate von 250.000 Autos. Und sie sollen wahrscheinlich, auch wenn das noch nicht sicher ist, bis zum Ende von 2023 jeweils 10.000 Fahrzeuge pro Woche produzieren, was eine jährliche Produktionsrate von 500.000 Fahrzeugen wäre. Das scheint mir jedenfalls ein sehr realistisches Ziel zu sein. Elons Rolle bei Tesla In Zukunft will Elon nur noch in Earnings Calls dabei sein, wenn etwas Schlechtes passiert ist, wie zum Beispiel Fabrik-Lockdowns. Wenn es nur gute Nachrichten gibt, wird er nicht mehr an den Earnings Calls teilnehmen. Elon meinte außerdem, dass er bei Tesla bleiben wird, solange er nützlich bei der Entwicklung von Autonomie und der Beschleunigung von nachhaltiger Energiewirtschaft sein kann. Also, Tesla ist zuversichtlich, auch in diesem Jahr trotz Lockdowns 50% wachsen zu können. Und auch im nächsten Jahr sieht das vielversprechend aus. Teslas Margen sind kurzfristig unter Druck geraten, werden sich aber jetzt, da Shanghai wieder läuft, erholen und je stärker Austin und Berlin skalieren, werden sie auch nur noch weiter steigen. Teslas Betriebsausgaben sind außerdem bemerkenswert niedrig. Wenn Tesla den Umsatz weiter steigen kann, während Betriebsausgaben mehr oder weniger gleich bleiben, werden operative Margen immer weiter steigen und auch 20% überschreiten. Tesla ist super schlank und wird immer profitabler. Elon ist außerdem extrem zuversichtlich, was FSD angeht und hat noch einmal unterstrichen, dass er denkt, Full-Safe-Driving könnte in diesem Jahr besser als Menschen werden. Und wir befinden uns schon in der zweiten Hälfte des Jahres. Auch wenn ich noch nicht ganz dran glaube, ist es interessant, dass Elon daran festhält. Er schien außerdem ziemlich aufgeregt zu sein, was den nächsten AI-Day anging. Besonders sein Kommentar, dass Tesla weiter ist als die meisten denken, ist für mich interessant und macht mich nur noch gespannter. Die 4680-Produktion geht leider weiter nur schleppend voran. Wie Elon selbst gern sagt, Prototypen sind einfach, die Volumenproduktion ist schwer. Das ist nicht besonders gut und stellt auch für die Skalierung in Austin ein großes Hindernis dar, da diese größtenteils mit 4680-Zellen passieren sollte. Tesla muss die eigene Batterieproduktion schnellstmöglich skalieren, auch um langfristig ihre Ziele beibehalten zu können. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass sie das schaffen können. Und bisher sieht es nicht so aus, als könnte das in naher Zukunft einen deutlichen Engpass für Teslas Wachstum darstellen. Das sollten wir trotzdem definitiv verfolgen. Austin, Berlin und die 4680-Zellen befinden sich gerade am schwierigen Anfang ihrer S-Kurven. Das Tesla-Team muss hier eine Menge Arbeit reinstecken, um alles in Fahrt zu bringen. Wenn das Fundament gelegt ist und die Produktion richtig ins Rollen kommt, werden wir den steilen Teil der S-Kurve erreichen. Dann werden Volumen und Margen meiner Meinung nach durch die Decke gehen. Dieses Quartal war dank Lockdowns ein kleiner Dämpfer, verändert aber am langfristigen Ausblick nichts Grundlegendes. Alles in allem sind die Q2-Ergebnisse mehr als zufriedenstellend. Tesla ist trotz der Fabrikschließung stark profitabel und immer noch voll auf Kurs. Danke fürs Zuschauen, Gang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.